Der Ort fährt halt doch ein bisschen länger. Haben Sie lange? Haben Sie auch noch eine Glocke? Ja. Da merkt man sowieso. Füßlinge halt in Badeekraft, aber sie sind wie ein Kletterschuh. Ja, auch. Ich glaub, das ist wohl hier noch so eine Glocke. Ich freu mich schon. Wenn die anzuschauen, dann sind die Schuhe da. Nein, das soll ich dann. Die kalte Bielen, das ist jetzt wieder ein Kiefer. Ja, das ist voll krass. Es wird ja auch schon wieder rein. Schau, komm her. Wie ist sie in die Kopf? Ja, wir fährt halt ein bisschen, oder? Ja, wir fährt halt ein bisschen, oder? Ja, das wird dann schon lange ein. Ja, das ist ja auch so. Ja, das ist ja auch so. Entschuldigung. Ja, das ist ja auch so. Ja. Ja. Vielen Dank.